Hey, Batu, alle komis, ich freu dich, also ja, wir haben ein paar Instagram Follower für dich, Digga. Jo, meine Freunde, was geht da? Willkommen zu einem neuen Vlog mit Juliano OG Digi. Wie viele Tüten ich verkaufen muss für den CLS, weiß ich nicht, doch was ich weiß, ich bin bereit für den Stress. Und mit? Und mit Batu. Wir gehen jetzt auf seinen Nacken essen. Auf seinen Nacken. Auf seinen Nacken schmeckt immer besser. Ja. Ich kooperiere nicht ohne mein Team. Die Sonne scheint durch die Gardine. Hautfarbei Ovo Maltine. Hallo? Ja? Organ? Ja? Wer ist denn da? Ich bin da. Wie sehen Sie mich gerade an? Was willst du denn? Ja, wir sind vor deiner Haustelle, das will ich. Hast du mir kein Redblut gebracht und sagst, du bist pleite und trinkst das teuerste Getränk? Ich komm alles. Diese Maulwurfe. Ist dir das richtig? Ja, okay, ein bisschen weg von der Linse mit deiner dicken Nase, Digga. Weißt du, wie das geht? Kfz-Ockern? Kfz-Ölwechsel, V8, Digga. V8? Ey, Digga, Mann. Adam, zwölf Liter, ne? Weißt du? Jawoll, Digga. Ey, ich hab mal Adam auch gerade mal kreut. Komm mal durch. Adam, das ist Fischölkapsel. Fischölkapsel? Er sagt, das ist Fischölkapsel. Wie heißt das, Digga? Fischölauge oder was? Oder Fischauge. Digga, stinkt voll, Mann. Wer hat gefurrt, ey? Ohoho, Batus, ey. Allah, Adam, das ist eine heiße... Ohoho, Batus hat gefurrt, ey. Irgendwie sagt er nichts, aber er hat gefurrt. Guck, guck, er hat gefurrt. Die schwopft alles, nein, Digga. Ich hab's über... Ich hab's über... Ich hab's über... Ich hab's über... Okay, wo sind wir gelandet? Stell dich mal hin, ich mach ganz kurz so traurig in Musik und so rein. Baby, du bist die, von der ich immer geträumt hab. Deine Lippen schmecken wie eisse mitzigen Sonntag. Hör gut zu, weil ich jetzt sag, dass du die Welt für mich bist. Und wenn du nicht mehr hier bist, dann hält mich in nichts. Das sind... Okay, Badu, Alter. Boah, das sieht doch mal schmackhaft. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt wieder zu Hause. War auf jeden Fall ein lustiger Tag, leider ging mein Akku leer. Aber kein Problem, ich hab grad bisschen geschnitten. Der Vlog ist sehr kurz, drei Minuten erst. Deshalb hab ich mir entschieden, dass ich morgen weitermache, dass ich gleich schlafen gehe, wenn ich morgens aufstehe, direkt weiter vlogge. Und ja, Leute, wir sehen uns morgen. Peace. Yo, Tag zwei. Was geht ab, Leute? Alles da bei euch? Was geht? Mein Name ist Jack. Den kennt ihr, ihn kennt ihr auch? Ja, ja. Uns kennt ihr, ich bin Rajas großer Bruder. Er ist heute Geburtstag, Alter. Er ist heute Geburtstag, Alter. Er ist heute Geburtstag. Wie alt bist du geworden? Fresh at 24, Leute. Ja, man. Alle in meine Kommentare schreiben, alles Gute, alles Gute. Er ist seit zehn Jahren 24. Wir feiern jetzt den Sport, bisschen trainieren. Und dann, ja, mal sehen wir, was wir da machen. Bis gleich. So. Jetzt wählen wir uns bisschen auf und dann geht's auch los für den Training, ne? Jacka, erzähl mir ganz kurz was? Was? Alles klar. Was? Was? Ach nee, warst du. Fuck. Was? Das war's so cool! 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 Jetzt schön nach Hause und schön essen! Bis gleich! So, gerade Miessteak gegessen! Jetzt gibt es fresh Kuchen! It's my birthday! It's my birthday! I must spend my money! Ist alles gut bei dir? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Noch ein Jahr älter geworden! Geil, Leute! Hammer! Yo, Leute! Es ist schon draußen dunkel jetzt! Es ist halb neun und wir gehen jetzt in die Shisha-Bar und chillen ein bisschen, da mein Bruder hat Geburtstag gehabt und ein bisschen sitzen, ein bisschen chillen, was trinken einfach ganz entspannt und ihr kommt natürlich wieder mit! Bis gleich! So! Wir sind jetzt in der Shisha-Bar! Wir sind jetzt zuhause auf jeden Fall, schneiden nettes Video! Aber ich glaube, hier ist noch ne FIFA-Runde fertig! Ich sag dir ehrlich, so wie das jetzt Ockern ist der schlechteste FIFA-Spiel aus ganz Kiel! Ich werde es jetzt beweisen, dass dieser Junge... Okay, pass auf! Pass auf! Ich gegen Ockern! Das kommt rein, okay? Das kommt so oder so! Er hatte eine große Fresse, jetzt werde ich ihm zeigen, wo der scheiß Arme hängt! Ich hab nicht gewohlen, oder? Really, Nigga? Adam, der macht den Play-Sation! Du, wie süß ist! Adovsky! Ey, überhaupt alles was war wegen iShit! 2-0, die Profi! Boateng Doppelpark! Du hast gesagt! Der Typ ist der schlechteste FIFA-Spieler und der schlechteste Person! Daniel, lass doch mal spielen! 3-0! Er ist Ciao! Boom! So Leute, das war's mit dem Vlog! Hammer, Jungs! Hammer! Er hat den gar nicht gesehen, aber er findet den geil! Hammer, ey! Krass! Übelst! Vergiss nicht, ein Like da zu lassen! Kommentiert, ob wir noch mehr Videos machen sollen! Und... Abonniert den Kanal! Abonniert uns! Ja, nicht vergessen! Instagram, Snapchat, alles in der Beschreibung! Wir gehen was essen jetzt und genießen das schöne Wetter! Und ja, bis zum nächsten Mal! Tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tschaaaaaah!